Gut, Claptrap redet noch. Claptrap nervt. Claptrap. Nice. Wenn es an der Zeit ist mit der Kanone... Ah. Genau das. Claptrap. Wie sieht das hier aus? Weeeeee... Geschickstour. Hier kommt angerannt. Und wer sah ich da? Ich habe eine Herausforderung geschafft. Bin ich gut, oder was? Nicht mit dieser Feuerrate. Ganz bestimmt nicht mit dieser Feuerrate. Warum habe ich jetzt schon 113 zum Badass Token? Ja, gut. Hab ich gesagt, dass ich Badass Token habe. Das ist gering für mich. Lauf würde ich sagen. Okay, das war gering für mich laut. Ich habe es aber geschafft. Meine Ohren müssten jetzt, glaube ich, bluten, aber... Passt schon. Oder? Der da ist ja die Welt. Die Läser ist in der Hand. Oh, kalt, kalt, kalt. Töne. Mach mal, mach mal, mach mal so. Oh, ich schnitt hier, ist ja die Welt. Noch Fragen, ob ich diesen Boss kehre. Nein. Wer hat die Erlaubnis übergeben? Ich hab was auf mich geworfen. Will ich das Geld haben? Mein Geld! Ich teile nicht! Tja, äh, vielleicht hab ich versucht vor dem Schockfrust auf Kapitän Flints Chef eine Meuterei anzuzetteln. Was erklärt, warum seine Männer mich im Moment verprügeln? Stimmt's Leute? Es gibt mehrere Gründe, die Kopffrügel. Mehrere. Die war alleine. Warum wett? Ähm, wo war das? Er hat also einen neuen Freund, hm? Ich muss sagen, der kleine Sprot aufhebt. Mir hört die Geräusche, die er gemacht hat, wenn die ihn angezündet haben. Mir kommen die Tränen. Nein! Ähm, das mit dem Ziel, Granaten. Wenn jemand fragt, was ich von Zielen halte, Granaten. Granaten geben wir mal. Das ist halt eine Weisheit, Leute. Glaubt es mir, das ist eine Weisheit. Besteht so im, ähm, ähm, Weisheitsbuch drinnen. Aim gleich, Granaten. Nicht mehr, nicht weniger, nicht neutraler. Geht ja jetzt. Warte! Singen! Ja! Die fez nicht. Aber schuldigung! Die Reisrichtung. Die Reisrichtung. Die Reisrichtung. Das ist nicht der Eiwelle! Auch wenn er nochmal wird? Nein! Wow! Hört sich gesund an! Hört sich gesund an, will ich sagen! Ist die gerade eh? Wuh, 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 wuh! Wuh, 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 wuh! Wuh, wuh, wuh! Nee, wir haben 8.12 Uhr, wir haben 12.32 Uhr. Nein. Oh, ja. Wollen wir mich nicht umbringen würdest, danke. Nein, wir werden nicht schlecht. Ich habe auch eine Antwort, Leute! Ein Rundflügel, die Juh hat in den Auge! Oh, mein Rundflügel, die Sachen. Ich hinterfrage, oh, 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 oh. Nicht so, das ist am besten. Kultur, Interessen und so nicht. Lasst ihr mich in Ruhe? Ich meine, persönlich will ich nichts von Klett. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Aua! Granate! Granate! Ähm... Besser? Nee. Sieht zu hoch. Du und Clappy werdet für immer unsere Lieblingsfolteropfer. Und dafür lassen wir euch leben. Überlegt es euch. Lasst euch zu hoch. Äääääääääh... Ich hab... Es ist natürlich sowas dagegen, um da geläutert zu werden. Ich konnte über Leute foltern. Nein, jetzt geht das nicht. Ich denke, dass ich immer die Leute foltern habe. Ach so, ich bin kein Typ. Ich folter ihn gerne. Okay, jetzt verhindert die Leute. Hä? Warte, ich hab noch einen Steifer. Kann sein. Hör auf. Mein Gott. Warum ist das IP hier so schwer zu kontrollieren gerade? Ach komm. Warte, bis ich da unten bin. Warte, bis ich beigebe. Hey, Leute! Ihr müsst mich nicht zusammenschlagen. Wir können immer alles sehen, okay? Hier! Ich nehme euch das ab! Ja! Ich stelle mir gerade vor, wie ich mich selbst schlägt. Ich sage, wie ich den Namen abkomme. Hätte ich das nicht geschafft. Die vom Teufel mit dem Ersten gesinnt! Ach man, bin ich wieder ein Held da drin? Das ist ein Baum eigentlich ausreden. Ich kenne wollte, aber... Lass mich. Ich hab mal Cybermacht, glaube ich. Worüber haben wir geredet? Nein, alles gut. Und so, wie guckt man das, die in Gott! Jetzt kommt der Weg noch weg. Wie geht das jetzt? Wie geht das jetzt? Kommst du? Geh doch. Achso. Okay. Er hat doch gesagt, zerstör mich, oder? Also ich würde sagen, er hat gesagt, zerstör mich. Ich würde hier mal ein bisschen ziehen können. Ja, komm, komm, komm. Ich würde hier mal ein bisschen ziehen können. Geld, Granaten, Granaten, Geld. Was kann Schöneres auf die Welt geben? Okay, ich habe mich überzeugt. Nur genau und Pizzer. Weiter. Und Kuh. Und Eis. Ja, gut. Ja, ja, ja. Überzeug. Oh, Treppen. Ich kann keine Treppen steigen. Wir müssen irgendwie anders drauf kommen. Ich mag dich auch, Clamp Tramp. Aber viel lieber mag ich den Clamp Tramp. Ja, gut. Besser. Dann habe ich kein Clamp. Warte auch. Warum habe ich jetzt den Clamp? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ja, ich weiß es nicht. Warte, lass dir Zeit. Wir haben hier Granaten gebraucht. Halt, warte. Hier könnten wir eine Granate untersteigen. Okay. gut jetzt sie kam die nicht immer noch mit am letzten finden unsere neuen folterpüppchen jungs heizt ihn ein ich weiß gar nicht ich hatte eine legendäre waffe job überhaupt also ich weiß nicht ja Ja, er hat den Knutforcen, hat er. Kommt da runter. Oh, was ist das? Kommt gut. Nein, ich habe den Knutforc. Ach, zehn. Ach, du bist hier. Ich bin jetzt schon fast schlimmer auf Ultima-Tippa-Kamera. Egal. Jetzt bin ich zuerst. Ich kann den Knutforc-Skaner nicht gehen. Aber, was du mir? Ich bin der Knutforc. Ich bin der Knutforc. Ich bin der Knutforc. Kommt gut. Und nicht. Also ich seh ein, die haben ein Problem. Feuerschaden immerhin. Äh, was war das nochmal? Tschüss, tschüss. Ja, ich weiß, man könnte es verkaufen, aber... Weiß? Ich war's nicht. Ich schwör's. Ich denke nicht, oder? War ich's nicht? Sagen wir mal, ich war's nicht, okay? Okay. Baby, du sagst auch, dass es nicht war. Okay. J-Cops, das explodierte Kugel? Ich hab' ein J-Cops Gewehr genommen. Da ist es! Mein mächtiges Sehfahrzeug! Lass es zufassen, mein alter Febär! Aber hey! Schritt schneller bitte, danke! Und du lass uns Segel setzen! Okay. Endlich ein bisschen, äh, 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 bessere Umgebung... Wir haben ein Centurier, Ultratan! Du gehst raus! Aua! Gewehr! Fakt sich aber nicht! Du bist lecker! Du bist lecker! Die S-Tree ist für euch gesperrt! Ihr Blatschers könnt in eurem Loch bleiben! Ich seh' nicht! Oh! So cool! Hei! Okay. Okay. Oh, gute Idee! Ich glaube wir drehen rum und verziehen uns in unser... ...x- ...pandora ist gewalttätig und gefährlich. ...sanctuary ist kaum besser. Du brauchst einen Wagen um das Stadttor zu erreichen. Geh zum Kaltelall. Ähm, das ist ein Blut... Aua. Aua, Aua, Aua. Okay, ich verstehe schon. Ihr wollt keine Einheit. Ähm, äh... ...nach auch mal. Ist euch jetzt ein Einheitisch? Also, warum büten wir selbst? Ich hab eine Herausforderung geschafft! Ist das nicht gut, oder was? Ich bin der Beste. Ach du, Kurvenlässigkeit. Oh... Ist gut. Ah, Computer sagt Nein. Dieser Automat wird digital einfach... ...verflucht. Äh, sorry. Computer sagt Nein. Ein Mann namens Scooter kontrolliert diese Cateride Automaten. Er hat vielleicht ein paar Chromosomen zu wenig, aber mit Autos kennt er sich aus. Er hat diese Station gesperrt, damit Banditen sie nicht benutzen können. Aber ich registriere einen inaktiven Hyperion-Bot im Camp der Bloodshots. Wenn du seinen Interface-Adapter an das Cateride anschließen kannst, verke ich die Station und besorge dir ein Gefährt. Viel Rahmen zu haben. Ich fährt jetzt mal auf die geheime Toilette. Ich hab echt keine Ahnung, worauf das ein Anspiel sein könnte, aber... Es ist eine geile Toilette. Keine Ahnung. Alles auf Level 11. Geil. Gut, wahrscheinlich wenn man alle... ...Quests bisher gemacht hätte, hätte man wahrscheinlich auf Level 11 kommen können. Ich schließe mal dann das Cateride an. Dann besorge ich dir ein Gratis-Fahrzeug. Auf meinen Befehl! Entschuldigung, meine Schuld! Ähm... Phasenverschiebung wird ausgeführt. Das passiert, wenn man versucht, sich mit mir anzulegen. Ich schmeiß die Granate nach hinten und dass jeder drauf geht. Ähm... Das... Das ist Tradition, das... Das muss man so machen. Ähm... Warte kurz. Ich hörte das Cateride. Wenn jemand findet, der schlimmer fahren kann als ich? Ähm... Autorisierter User akzeptiert. Gute Fahr... Dann... Es liegt ein Pimento Taco ein. Ein Pimento Taco im Handschuhfahr. Cool. Fordere noch ein Fahrzeug an. Ach stimmt, es gibt ja noch ein weiteres... Also... Mach was weiteres... Also... Mach was weiteres... Ja... Ähm... Warte, was war boosten? Äh... Ich mach was ja mehr. Nein, ich schau schon. Hol die Kinder rein! Ich dachte, ich hol die Kinder rein, ich fahre wieder. Hier wollte ich nicht glauben! Aber, ich könnte. Das ist ja auch so, du redest von Erden. Du redest von Erden. Erden würde. Oh fuck! Ähm... Tja... Wir tun jetzt mal so, als ob ihr das nicht gesehen hättet, okay? Okay? Okay. Oh Gott, ich spiele Sport hier. Ähm, ja. Das ist nie passend. Gut, fahr so, pass auf. Ich hab euch gedacht, ich bin der schlechteste Fahrrad. Ich schiebe da wieder an. Nein, guck auf. Nein, ich schuld. Aua. Ach, echt? Alles. Nein. Nein. Lass uns rein, du Idiot! Wir killen euch alle miteinander! Ich hab sie abgenommen, nicht umzugehen. Hier kommt niemals noch Sanctuary rein, hier Skakletta! Oh, Moment! Alle kommen wieder! Oh, Moment! 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 Ähm, ich mein schon ... um die Schilder der Stadt aufrechtzuerhalten, die zurückgekehrt ist. In Reasonous Sanctuary, dann bist du einer der Reigners. Roland hat dich betatiert? Gut. Nur auf das, was er sagt. Er kann uns helfen, Jack zu besiegen. Ich kann mich nicht schwören. Nein! Totes Fisch. Ich bin gesprengt! Aber ich bin getroffen! Ich setze hinter Mellowfears ab! Aua. Mist, wir sind von dahin schon drin gestreut. Demi, Soldat. Ach, mir geht ja eh nix. Ähm, okay, gut. Nee, ist jetzt erklärt. Obwohl ich's eh nicht brauchen kann. Wer zählt denn schon mit? Achja, stimmt ja. Widersteh dem Drang nachzulagen. Widersteh dem Drang nachzulagen. Widersteh dem Drang nachzulagen. Ich versuch dem Drang nachzulagen. Widersteh mal. Ich traue Hilfe! Das ist dein Flass, Männer! Ich wünsch euch viel Spaß mit meinem Geschenk. Nur dieser Psychos, die Aaand übern直 zwe cholesterol unserer Schlesophie fliegt. Das ist mir der. Können wir das jetzt verstehen? Man wird es bin! Der Tag. Der Tag. Der Tag hat nicht gedacht, dass sie so wie Action� ist. no Einer dieser Psychos ist in die Energiekern abgehauen. Ohne jedes Sanctuary, weh los. Mauer. In die Energiekern noch Sanctuary. Ich werde es immer pennen. Weckt mich, wenn ich nicht mehr auf Bandoor bin. Klar, dass du dich im wütenden Teil fliehst, so wie du da redest. Leitender war einer der ersten, die dich für die Raiders rekrutierte. Können wir da noch mal hoch? Auf so'n Geheimversteck, dass ich immer noch nicht verstehe. Ich wolle mir den Energiekern. Und wenn du schon dabei bist, legt noch ein paar Banditen um Furies. Er hätt's so gewollt. Wie es aussieht, dass du ein PC-Rund. Manchmal kann dein Echo-Gerät nicht die exakte Position von etwas finden, das du suchst. Durchsuch das Gebiet, das mit dem großen grünen Kreis auf deiner Mini-Karte markiert ist. Dein Ziel befindet sich irgendwo in diesem Gebiet. War das nur in einer PC-Version, dass man da hochkam? Ich meine gut, ich könnte ja Snakejumps machen und so, aber ich wüsste nicht warum. Ich hoffe, ich wüsste jetzt diese Kleise-Ecke nicht interessant. Ich weiß, wo es ist. Ich hab keinen Fall ab, wer verlassen. Ich schaff! So ein Teufel mit dem ersten Gesetze! Ja, echt nicht! Übrigens, da steht nicht im ersten Gesetze. Das ist eine Anspielung auf drei Roboter gesetzt. Dass jemand verletzen dürfe. Das ist eine Anspielung. Ja, die Armein kann ich nicht. Ich bin ja. Ganz, ganz böse! Ich hab was geschaut! Ich bin erfolgreich! Ich hab's hier nur arbeitend fertig. Ich glaub's halt. Anate. Schmultfrinne. Jacobs. Voll. Jetzt nicht mehr! Oh! Ich finde wieder gut, dass ich ein Video finde, bevor ich eigentlich davon wissen sollte. Nein! Nicht wechseln! Ich bin auch ziemlich gut. Alles! To Ride! Au! Oh, Gott! Nein, 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 NO! Alles! Was ist das? Ähm, was ist das? Ich weiß, genau was hier. Die Fährten ab! Kein schlechter Anfang! Da drüber! Lichter hoch! Der Widerstand hat heute einen guten Mann verloren. Aber ich bin sicher, Rhys hätte sich gefreut, wie schnell du diese Bloodshots ausgeknipst hast. Der ist schneller gegangen, wenn der auf meinen Fleck gewesen wäre. Was hier? Was hier? Der Anarchie! Ich, 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 ja, Kanten in dem Spiel werden mich noch sehr oft nerven. Sehr oft. Ich hab doch gar nicht wie oft mich kannten in dem Spiel. Ich hätte... Nachverpackt. Okay. Aus der Übung. Mhm. Was ich mal geplant hätte. Bestimmt keine Name Charms. Viel zu gefährlich. Ich mag die Marke nicht. Ich mag die Marke nicht. Torch finde ich echt nicht angenehm. Es gibt eine Waffe, die man spielen mag. Eine. Alle anderen sind eher so... Naja. Bitte da hin, danke. Zack. Ich schwöre, er hat angefangen. Ach Gott, ich bin schon wieder auf dem falschen Platz. Ich hab nicht angefangen. Er war's, okay? Nur damit wir uns mal verstehen. War nicht meine Schuld. Das ist eine Botschaft an Sanctuary, der letzten Person des Widerstands. Und aber wie hier ist natürlich das Chaos, bei dem gibt es nicht mehr. Wenn ihr es zulässt, wird dies eine Ära der Ordnung seines Friedens. Ich bin perfekt für Fragen geeignet. Ich spreche euch. Euer Tod wird schnell sein. Hat die Marke nicht verfallen? Im letzten Teil habe ich übrigens gelogen. Ich werde viel Zeit damit verbringen, euch banditen abschaum. Roland? Bist du das? Ach, der Kammerjäger! Ja, Stimmy! Roland's Echo-Communitator ist hin. Wir brauchen deine Hilfe! Da wir jetzt Sanctuary erreicht haben... ...wählen wir uns in der nächsten Folge vielleicht sehen. Falls ihr mich noch nicht komplett satt habt. Toll, dass ich ein Vertraubung... Ich muss durch ihr Leben. Ihr könnt einfach raufschalten. Bis zum nächsten Mal.